Ein lockeres Spielchen am Zirrler Fußballplatz. Heimische Nachwuchstalente sind mit Freude beim Tormanncamp des Sockerteams Tirol mit dabei. Eine Woche werden mit bekannten Tiroler Tormännern das richtige Stellungsspiel, Reaktionen und Freude am Fußball geübt. Die Tormänner und eine Torfrau sind aus ganz Tirol zum Tormanncamp angereist. Dank dem großen Erfolg wollen Harald Lederer und Co. auch im September ein weiteres Camp durchführen. Informationen unter www.sockerteam.at